So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe überlegt, ich nehme jetzt erst einmal ein Game Over auf. Und dazu werde ich jetzt hier nicht den Text lesen. Ich werde das Video erst ganz zum Schluss hochladen. Nachdem ich Time Hollow abgeschlossen habe. Das werdet ihr dann noch sehen. Nur, dass wir halt einmal wissen, wie so ein Game Over aussieht. Boah, das tut richtig weh, dem dabei so leidend zuzusehen. So. Aho, aber ich war doch so nah dran. Aha, Lizenz bei Nintendo. Okay, das war es auch schon. Gut. Jetzt habt ihr ein Game Over gesehen. Ui. Gut. Dann mache ich jetzt mit der eigenen Story weiter. Beziehungsweise, für euch ist das Spiel schon lange vorbei. Jedenfalls. Das war ein Game Over. Wenn du was sie loslegen. Vielen Dank.